Die Kanzleigründerin Ingrid Hahn ist 1961 in Hessen geboren und hat in Niedersachsen ihr erstes und in Hessen ihr zweites Staatsexamen abgelegt. Nachdem sie zunächst als Justiziarin tätig war, gründete sie 1991 ihre Kanzlei und vertritt als Rechtsanwältin ihre Mandanten vor allen Amtsland- und Oberlandesgerichten in der Bundesrepublik Deutschland. Guten Tag, ich bin Rechtsanwältin und möchte Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen bei allen Dingen des täglichen Lebens. Sei es bei einem Brötchenkauf, bei einem Autokauf oder gar bei einem Hauskauf. Es wäre schön, wenn Sie zu uns finden, bevor aus Ihrem Problem ein großes Problem geworden ist. Wir helfen Ihnen bei den unterschiedlichsten Problemen. Wir gestalten Verträge, wir machen mit Ihnen eine Patientenverfügung oder wir beraten Sie bei der Abfassung eines Testaments. Nicht nur als Arbeitnehmer, sondern auch als Freiberufler oder als Gewerbetreibender sind Sie bei uns als Mandant gerne gesehen. Von wesentlicher Bedeutung ist auch die Durchsetzung von Forderungen. Sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich ist es wichtig, dass der Mandant an sein Geld kommt. Hier profitieren die Mandanten von der jahrelangen Zusammenarbeit der Rechtsanwältin mit Inkasso-Instituten. Profitieren Sie von der langjährigen Berufserfahrung und vertrauen Sie die Lösung Ihrer Rechtsangelegenheiten einem kompetenten Team an. Profitieren Sie von der jahrelangen Zusammenarbeit der Rechtsanwältin mit Inkasso-Instituten. Profitieren Sie von der jahrelangen Zusammenarbeit der Rechtsanwältin mit Inkasso-Instituten. Vielen Dank. Vielen Dank.